Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sirius Sam the First Encounter. Die man das Universum beobachten kann. Mit einem wunderschönen Mond. Sehr romantisch. Und ein großer freier Platz. Das ist ja was ganz Neues. Sesam, öffne dich. Dankeschön. Mit noch mehr Munition und Energie. Ja. Und Pyramiden, die offen sind. Ja, ja. Ja, Musik, die mir richtig gut zusagt. Guck mal, was da passiert. Was, was war das? Erklär's, das hier ist ne Kampfarena. Ja, aber, 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 ba, 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 ba. Ja, tipps. War ja klar. Okay. So wird das nichts. Wieder so ne epische Musik. Meine Musik wird so geil. Alles verfolgt mich. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ich sehe es kommen. Ja, es ist gut. Stell dir das mal alleine vor. Gott. Wie ich anfälle. Ich balle alles weg, was du oben bist. Na ja. Was? Ich hab die Typen getötet. Ich hab die Typen getötet. Ja, ja, das ist nur die Vorwut. sind dies diese musikationspakete das wollen glaube ich alles immer wieder natürlich heißt es auch kann ich mir was vorstellen ja damit hat sich das teil verabschiedet ja das nehme ich neben ja wieso sammelt er das leben nicht ein aber da jetzt probieren wir aus ob das mit dem pack ob das wieder spawnt ja gute idee vor allem weil ich das nicht gleichzeitig mit dem nehmen kann wirklich nicht der ist jetzt weg auch bei mir dem sport definitiv da ich sie es ist wieder da auch nicht das eingesammelt ja ja kollege so ist aber ja eine kugel und das macht ihn auch noch so viel muss halt nur in bewegung bleiben ja so viel dazu ich meine auch aluha aqua ne aluha aqua heißt es ja ja habe ich mich gerade selbst gesprengt ich glaube ja wow machen wir mal so auch das sieht gut aus dankeschön es sollte was von einem feuerwerk haben ja hier was kann es halt die negern ehr das geht gar nicht hin was oh no hey mein zahl weiß dass das nicht das oh oh das 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 was ja ich wusste das du glaubst doch nicht dass es weniger werden oder? ich glaub nicht ich hab die hoffnung ja aber oh god du hast aber viele freunde jetzt geht sie erstmal auf dich das für mich weil wenn du stirbst hast du immer von der musik Gott diese musik macht mich kirre Wie ich erst mal so eine halbe Stunde ins Nichts schieße und ich jetzt gerade verkrampft meine Maus festhalte, um mich zu verrecken. Aua, aua, aua. Dass die auch gleich einmal das halbe Leben weghauen. Nein. Nein, scheiße. Ah, da, 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 da. Alter, alter, alter. Ja, puh. Scheiße, auch, der Gegenwärter hat. Scheiße. Ich wusste das. Ah, scheiße. Ah, fuck. Boah! Boah, Alter! Boah, die sind richtig dazunehmend. Ich... Ich will ja nicht makaber wirken mehr, aber... Ey, Hauptsache, ihr kommt für den Scheiß-Archievement hier. Oh, good job! Oh, Scheiße! Boah! Ich glaube, ich hatte bis jetzt noch fast kein Achievement. ALTER! Das hört... Das hört mich auch! Oh! Von hier hinten sieht das alles sehr hübsch aus. Oh, Scheiße! Geht weg! Oh, ho, ho, ho! Stefan, wenn die einsteht, dann kann ich so besser die Luftjahr mit meinem Elfschuss. Oh, ab! Ey, wenn jetzt die aufhört... Oh, fuck! Okay. Wie geht's gut? Was? Noch? BööööööööÖii Das geht doch gar nicht. Von 1, nein! Das geht doch gar nicht! Mal 2, nein! Alter, das könnt ihr nicht machen! Und alle auf mich wieder los. Neh! Alle auf mich! Jetzt sind alle... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah scheiße! Oh Mann! Der ist nicht mehr. Nehm du erst was mit dem Hack. Ja. Oh scheiße. Die Musik ist noch nicht vorbei. Neee. Oh Mann. Was kommt? War klar. Oh Gott ich hab's stampfen. Ja toll. Ja toll. Ja da drinnen ist was. Ja da glitzerts. Scheiße. Ich hab mich vom Glitzer ablenken lassen. Das ist eine Rüstung. Am hintersten Ecke. Am hintersten Arsch da wird mein Kripper. Am hintersten Ecke eine Rüstung. Toll für die Rüstung bin ich jetzt gestorben. Hier ist nichts. Die Rüstung ist auf deiner Seite. Ja das ist eine Rüstung. Ne. Ein Rüstungswert. Mehr ist das nicht. Eine Rüstungswert. Ja. Also plus eins. Ach das ist dieses kleine scheißige. Ja. Toll. Hauptsache es glitzert da so verdächtig. Ich hol's mir auf. Auch wenn's voll. Dunkel. Ist. Und. Ein langer. Gang. Und das ist. Creepy. Oh Gott. Es ist in mir gespawnt. Wie viele kommen da nur. Alter. Das ist mit Star Wars Style mit dem Racer hier. Ich konnte nicht mal die eine Rüstung aufsammeln. Warum auch immer. Es gibt mir die eine Rüstung. Überraschungsfalle aktiv. Ja. Natürlich. Die kriege natürlich ich. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Ja. Wollt ihr das? Ja. Wollt ihr das? Ja. Natürlich. Jetzt komme ich hier natürlich nicht vorbei. Ehrlich. Fickt euch. Ja. Natürlich. Fettiment. Fett. Fett. Es steht direkt vor mir. Ja. Es ist klar. Das ist hier wieder. Das ist. Ich kann Raketenwerfer nutzen. Ich kann ihn aber nicht. Wechseln während ich sterbe. Die Scheiße. Ich nehme doch jetzt endlich den Scheißen. Raketenwerfer ist die 5. Ihr fuckt mich an. Aua. Selbsthochgeagd. Ich habe jetzt einen großen trinken verweilt. Alter. Ja, natürlich. Und da hinten ist doch ein... ...voll lebensinnig. Haben wir hier in der Mitte ja nicht genug. Wo bitte das? Da vorne, in dem anderen mittleren Gang. Hier, in die Richtung, wo ich hinschieße. Da. Dem. Kannst ja mal hinlaufen, wenn du willst. Ja, natürlich. Das ist wieder so ein Ding, so... Fick dich. Ne, das ist diesmal so ein großes Energieeffekt. Das seh ich. Allerdings halt nur Energie. Ich lauph hin. Vielleicht ist das ja ein Geheimnis. Oh, geil! Oh! Ich schwör, hoffentlich... ...kriegst du diesmal ne Falle, weil ich jedesmal ne fucking Falle kriege. Ja, fick dich. Geile Energie. Ich hab doch gesagt. Aua. Von hinten. Boah, stirbt doch einfach alle. Ich wähl das jetzt auf, wenn es das nichts ist, was ich tue. Es wird wahrscheinlich der letzte sein, wenn ich tue, aber... Ich seh da kein Leben mehr. Ich glaub, das war nur eins. Ja, das war die geheime Energie, ne? Da! Ich seh's noch. Ein Schikrit war das. Ein Schikrit. Ein Schikrit, was? Ein Schikrit. Ein Schikrit. Hab ich jetzt übrigens auch. Aber... Ich geh erst dazu. Alles wunderbar. Ich werde gleich mit Raketenwerfer geschistet. Renn mal wieder zu ihm, dann kann ich das besser schmeißen. Ja, genau. Ja, genau. Kommt alles zu mir. Bin egal. Ich steh mich jetzt in die Ecke und schieß einfach. Ja, mach das. Scheiße. Funktion alle. Und Leben. Oh, stirbt doch einfach allesamt. Ja, jetzt, ja. Obwohl ich mir grad das Leben nehmen wollte. Hä? Gibt's doch Leben. Ja, aber wenn ich da hinrenne, ne? Oh. Also, du vertraust mir jetzt. Tue ich das? Lauf durch. Oh. Und baller alles ab, was auf dich zukommt. Unterwegs kannst du alles andere rein. Aber erstmal müssen wir auf die andere Seite. Aua. Ich werd von hinten gefistet. Guck mal, was da hinten kommt. Ich kann grad nur da vorne schauen, weiß ich was. Guck da hinten. Aua, aua, aua. Aua, aua. Jaaaa. Natürlich. Ich werd sowas von nach vorne laufen. Oh Gott. Ich werd nach vorne laufen. Was hab ich mir denn da gedacht. Ich hätte sowas von in den Schritten schießen, mein Freund. Ah, jetzt seh ich leider nichts mehr, was vor mir passiert. Ei, 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 ei. Cool, cool. Cool, cool, jaaa. Und er soll diese ganzen scheiß anderen Dinger hier wegmachen. Ich hasse dich, ich hasse dich weg. Au, 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 au. Au, 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 au Prozent ich bin schwer jeden Fall Kugeln das ist wie Zäpfchen tut gar nicht weh Hauptsache wird weggesnackt das gerade gar nicht ob ich mich bewege aber gut ich habe sie in jedem ich gucke hoch und laufe nur hin und her ja, tu ich auch aber ich laufe immer im kreis, deswegen erwischen sie mich irgendwie nicht was tut er da? war auf dich zu heilen muss ich sagen er schießt alles drauf was du hast tu ich doch oh Gott, guck mich nicht an guck mich nicht an äh neiiiiiiiin Harko mit dem Wälzer den Arsch wie meine Munition gerade schießt ist toll Hauptsache Treppe, egal ah, voll in die riesige Masse rein, ey hohohohohohohoho Alter wo bist du hin? neiiiiiii nein, 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 nein ich hab gleich keine Munition mehr ähm, wie viele Millionen erklärst das denn? ich hab das gesehen und sie rennen alle zu... oh oh ja, ich hol's mal kurz in der Reihe rein äh, ja, äh oh ne, jetzt hat er die Läser gerade noch oh oh au, scheiß alter, der ist auf mich drauf getrappelt, die Sau und so okay, doch fühlts ang Ex-Profi aber aua wir ihr versuch mal noch Munition zu finden ja ey, neiii behalte deine Kugel für dich Aua, Aua, Aua Okay, jetzt muss ich schon mit Pistole schießen Geht weg, Aua Zahnreihe Hihihi Da liegt noch was, oh mein Gott Hauptsache das letzte Civius, äh das letzte Missionspack, was wir hier auf der Karte haben, ist oben in der Arena Doll Warum auch nicht? Hast du dir das Kraft geholt? Ja Toll, kein Wunder, dass ich mich hier alleine mit den Fettys durchschlag Ich hatte nichts mehr aus der Depistole Ich habe aber auch gleich nichts mehr aus der Depistole und verklebt Okay, ich habe Ja Äh Ich weiß nicht, ob es bei der Pyramide auch noch wichtig ist Ich glaube, die Minigun ist ihm scheißegal Ich renne Die Leute macht auch Damage Aber die Kanonenkugel hat am meisten gemacht Ja, weil das doch die schärfste Waffe ist Aua 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 Das mich entbieten Dreckiger Saftsack Aber eine Minigun, siehst du das nicht? Oh nein, jetzt überhaupt nicht Gegen zu heilen Dreckiger Motherfucker Dein Gesicht ist so hässlich Dein Gesicht ist so hässlich Lalalalalalalalalala Du kriegst ein paar Schüsse in die Presse, meine Güte Ich hau hier gerade mit der Minigun drauf, das macht so irgendwie gar keinen Schaden Der erste Ding, hol dir das verdammte Muni-Pack Wie ich aber verarsche, die waren eben alle Egal Ich hoffe, das Muni-Pack für jetzt sind wir so jetzt schon hier Ich bin gleich mal da kleben Ich bin gleich tot Schon wieder, meinst du? Nein, gleich Und er heilt sich stärkig, alter Aua, wie ging das denn noch mit dem? Ich weiß, dass wenn ich da gegenlaufe Nein, tut es nicht schade Ich dachte, jetzt wäre ich schneller vorne, aber noo Oder müssen wir in die Pyramide, das kann auch sein Jetzt wachst du erst mal gepflegt auf mich Pyramid-Cheer ist nämlich aufgegangen Ich baller trotzdem noch drauf, keine Sorge Ich warte auf dich Das schön Ich baller wieder mit der Pistole Ich mach jetzt hier erst mal einen Minigun von Winden Oh, hier ist ja auch noch ein Muni-Pack Sag das doch mal jemand Ehrlich? Ja Oh, ich bring diesen Junge um Aber normal ist für den Peck, ne? Und Rüstung und Die massieren gerade ein bisschen den Rücken Oh, oh Kamikazes Und das sind gerade wenige Wo denn? Ach da bei dir Ah, da hat ich runtergefallen Nicht zu mir kommen und du dreh dich nicht um Du dreckiger Bastard Das ist so eine Popo-Kugel Also halt dich schon wieder gegen Kehr zu der Pyramide Wo bist du? Unter ihm Äh, neben ihm Lieber nicht unter ihm Ich geh weg Ich geh weg Ich geh weg Ich geh weg Ich komm Ich muss hier erst mal um mich herumtanzen Entschuldigung Und da hindurch ist nicht so cool Wie sich das Pferd anhört Jetzt komm hoch Da kommen immer mehr Gegner Au Ich arbeite dran, okay? Es ist nicht so einfach Aua Die Scheiße Also ich empfehle jetzt das Raumschiff Alter, geh weg, Junge Bam, 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 bam Also ich bin jetzt in der Pyramide Warte doch Wir sind doch auch da Was? Was? Wir sind Ne Oh, nö Ah, deswegen So geht's weiter, ha? Ja, ich bin fertig Ich bin fertig hier Guck mal, du kannst die Dinger nutzen, um hin und her zu fliegen Laufen wir so eine Bahn hier Und das? Dann bitte wär's abgefedert Und hier hinten ist zum Beispiel ein Munipack. Der Postkampf ist sadistisch. Bisschen. Genauso wie der aus Syrien ist ja frei. Der war echt assi. Du hast da was am Arsch. Immer noch. Ah. Entschuldigung. Aber was ist das in der Mitte, was da leuchtet? Ich lauf da mal hin. Ja, mach mal. Viel Spaß. Oh, es hat sich so gehört. Äh, war plötzlich eigentlich immer meine Richtung so. Fakt ist, ja, der wollte mich grillen. Der Dreckige. Ich bin jetzt in der Mitte. Der hat sich grad volle Kandemöhre angegriffen. Ja, weiß ich. Er hat auch noch 40 Leben. Und was ist in der Mitte? Äh, hat die Blatter. Wer hat den sich jetzt vier Verbrechen, alter Wegstorben? Der ist mit der Hände der Junge. Ja, heil dich, du Spangen. Ähm. Das eine Ding ist... Ei, ei, ei. Halt wie mal bis hin hin. Ich will mal was gucken. Halt du ihm mal. Wieso ist das Ding hier aus? Wieso ist das Ding? Wieso ist das Ding? Wieso ist das Ding? Wieso ist das Ding? Mami. 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 Ah, warte mal. Ja. Das ist die Zeit, der heilt sich wieder. Ähm, 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 ähm. Irgendwas ist nicht richtig hier. Eigentlich will ich grad. Der heilt sich ganze Zeit wieder. Und das sollte er nicht tun. Nein. Sprich mal in den Kreis und später leuchtet da hinten. Kreis? Egal in welchen davon. Da hinten bin ich nicht. Ich bin ja der, der nicht leuchtet. Ja, weil in der Mitte leuchtet das. Da müsste rein wirklich was rauskommen oder so. Du, spring mal Kreis. Ich, äh, ja. Sterbe. Ähm. Ich glaub wir müssen die alle deaktivieren, in die wir durchspringen oder so. Krieg ich hin. Scheiße. Einer ist das noch. Ich mach den schnell. Ja, ich mach mach. Ist der auch ausgegangen? So sind alle aus. Der ist aus, ja. Ich hol's jetzt einfach mal sinnlos drauf rum. Nee. Jetzt leuchtet da aber wieder einer. Leuchtet wieder alle. Hä? Ich glaub wir müssen das in einer bestimmten Zeit schaffen, oder? Oder dass er da in der Mitte ist. Oder so ähnlich. Aua. Äh. Aua. Ich versuch... Aua, aua. Aua, aua. Aua, aua, aua. Ich versuch mal alle vier zu deaktivieren. Du hältst ihn hin, ne? Du hältst ihn hin, ne? Völlig. Wir werden grade beste Freunde. Das ist doch schön. Aua, 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 aua. Aua. Ja, heiliglich du. Cosplay. Du hast so ein süßes Gesicht, oh, oh, scheiße, das war falsch, aber geil. Nein! Ja, du bist gerade voll in unser Date geplatzt. Das ist schlecht, denn... Ich glaube, das mag er nicht so. Date geht woanders. Autsch, 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 Autsch. Ich habe das Gefühl, der guckt gerade irgendwie auf mich. Ja, tut er auf. Da, ein Kreis muss ich noch machen. Was mit dem Kreis hier? Der sieht so verbrechtig aus. Jetzt macht nichts. Autsch. Bist du jetzt mal endlich durch den Kreis durch? Gleich leuchten alle wieder. Ich bin durch alle Kreise durch. Äh... Versuch mal... Jetzt steht er direkt auf dem Kreis, der leuchtet. Nichts passiert. Und tritt auf mich. Das heißt, ich komme nicht da... Ah, da, 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 da. Schieß, ich schieß, ich schieß, ich schieß, ich schieß. Ah, gut. BAM! Alter, schwierige Geburt. Das hast du nun davon! Wir haben zwei von drei Geheimnissen gefunden. Wir haben Geheimnisse gefunden? Ach, das waren die, die da drin waren. Okay, cool. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Hier steht auf Fortsetzen. Ich kann fortsetzen. Einfach mal fortsetzen, weil ich mein, das war das letzte Level, oder? Ich drücke mal auf Fortsetzen. Da steht ja zu Ende. Okay. Dann drücken wir mal auf Ende, ne? Drücken wir mal auf Ende und sagen mir, was passiert. Spiel zu Ende. Und? Ich hab auch Ende gedrückt. Oh! Kein... Irgendwie... Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich nur ein Einzelspieler, das Video. Okay, dann ist das nur ein Einzelspieler. Ja! Dann war's das mit Serious Sam. The First Encounter. Hadi! Also der erste Kontakt, hier steht das in Deutsch. Falls ihr Bedürfnisse auf Deutsch habt. Ja, das war's dann auch schon wieder. Also... Ja, zum... Also ich fand... Hm... Ich weiß nicht... Es war entspannend. Ja, ich möchte doch sagen, dass der dritte Teil am Ende doch irgendwie mehr Schmackes hatte. Es war schon ganz schön dolle bei der Pyramide, aber das war halt gewohnt. Hat sich jetzt nicht wie so ein End-End-Boss angefühlt. War ja... Er war gemein. Ja, war schon gemein. Man muss erst mal gucken, wie das funktioniert, aber... Es war auf jeden Fall ganz nett. Ganz nett. Ganz nett. Viele neue Freunde gefunden. Eben. Hatte ein klasse Date, bis, ne, der liebe Herr Dekto mir das zerstören musste. Ich hätte dich auch lassen können mit ihm. Ja. Gut. Dann schreibt mir eure Meinungen in die Kommentare. Daumen nach oben, wären schön. Und ja. Dann sehen wir uns hoffentlich beim zweiten Teil von Serious Sam wieder. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.